Lass dir von niemandem das Gefühl geben, du hättest nicht verdient, was du willst. Gib nicht auf! Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe, sondern nur das, was ich nicht getan habe. Man darf sein Leben nicht nur nach anderen richten. Du allein musst die Entscheidung fällen. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen. Eins verstehe ich so gar nicht. Warum willst du dich unbedingt anpassen? Du bist doch was ganz Besonderes.